na komm mal hier du klar noch ich treffe nix wieder und noch einer der gemäßt werden wir haben ihren verein gegründet oder alter der mann ist aber energiemäßig aber voll im eimer der hat überhaupt gar keine kondition das ist gute arbeit auch noch einer von der fraktion könnten ja als truppe auftreten hier schön schön hier ist auch noch munition ich glaube die du kannst sie bestimmt aufnehmen ja für die pistolen hier ist auch noch falls munition brauchst 8 reicht uns das eine richtige munitionskiste mehr und kleine netter nicht voll alter das ding hört sich aber auch krass an das ist echt als wenn panzer schießt ach cool aber ich glaube wir sind beide voll du hattest du hast auch alle slots genau ich glaube in so einem eins zu eins kampf wenn ich dann gegner gut treffe mit der knarre kann das ist echt ordentlich schaden bewirken ja essen ist immer das zauber wort ich muss mal auf denen eine dynamik stange ich hab äh ich muss das mal leveln vor sich hinter dir hat hätte ich natürlich angesteckt ne auch was was das da rechts an den zombie sehr gut ach stimmt dynamit stangen kannst du ja auch geil kiste stimmt dynamit stangen kann man ja auch leveln da kriegt man schaltet man ja die anderen frei ne das ist ja genau schon mal richtig oh hier noch eine oh sehr gut das ist ja wie im schlag auf dem land hier und sogar so eine komische so eine komische andere kiste die kann ich jetzt gebrauchen weil ich habe eine dynamik stange geworfen ach ja stimmt das ist fein wo habe ich eine anti gift spritze gekriegt das so super können echt ein bisschen mehr munition gebrauchen noch oh 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 alter die schreit als hätte ich ihr das angetan dabei kommt sie an und greift mich an äh unglaublich ach so hier ist noch munition ne ich bin voll also jetzt könnte ich so na was wir haben schon drei gelöst oh ach wir sind schon da oh dann können wir die ja killen gehen ja hier ist noch ein verbandkasten falls du brauchst ja alles gut ich gebe mal die spinne killen ok ich komme mal mit hier gibt es noch mehr munition drin oh super na genau das kann ich gebrauchen wo ist sie denn hin ich habe die schon gesehen und wollte sie anzünden aber die wollte sich nicht anzünden lassen ah hier ist sie warum ich werfe mal dynamit pass auf ja nein jemand wirft dynamit ne das war ich ach so ich hab's voll abgegangen ach so sorry ich hatte hatte gesagt äh ich werfe mal schnell dynamit ach so das hatte ich gar nicht gehört ah ok voll krass gerade das war die dickste stange die ich hatte ja das hat mich auch richtig fett erwischt oh sorry ach passiert aber es hat auch die spinne gut erwischt das ist das wichtigste ja wir haben sie genau schrei leise poker und das so schön spinne verband sehr gut oh da sind wir aber fix unterwegs ach hier ist noch munition falls du brauchst ne mhm so versteckt unter der spinnwebe ich mal gleich nachladen ne oh ist der jetzt reingekommen hier ja wenn er unten ist kann man ihn unten lassen dann kann er die gegner angreifen mhm oh oh ich höre baller ja das ist auch wirklich ich wollte gerade sagen offen wie ein scheunentor aber das ist ja auch eine scheune hier ja ja oh aber der ausgang ist ja nah okay ich benutze mal die pistole habe ich die meisten schüsse und da werde ich jetzt erstmal schön aufladen also nachladen und dann hoffe ich doch dass hier keiner reinkommt und munition unten ist gut sogar zwei kisten und drei kisten immer wieder hoch da ist sicherer glaube ich und gleich können wir abbauen so kommen dann geht ab jetzt jetzt geht es wirklich hier raus guck mal kurz aufs gegner ich sehe keine laufe ich dir meine auffällig hinterher hier sieht gut aus ja finde ich vielleicht haben wir diesmal glück fast schon raus heute muss war noch mitnehmen absolut geil jawohl das ist doch mal was